Dolnihabates ist eine Gemeinde in Tschechien. Sie liegt 10 Kilometer südöstlich von Degin und gehört zum Okuris-Degin-Geografie. Das Waldhufendorfe Dolnihabates erstreckt sich im Norden des böhmischen Mittelgebirges entlang des Baches Baystra und bildet das zwischen Benesov, Natpluch, Nizzi und Hornihabates gelegene Glied in der Kette von Ortschaften entlang des Baches. Westlich erhebt sich der Kosi-VRCH, im Nordwesten die Doberna, im Nordosten der Wiesokile, im Osten der Bukowinski-VRCH und im Süden der Ostrie. Nachbarorte sind Brlozech und Hornihabates im Norden, Wessele und Wesseleko 1.Dill im Nordosten, Malabukowina im Osten, Velka Bukowina und Starisachow im Südosten, Frantes Kovnat Pluchnizzi, Terasinske Udoli, MLATCE und Bedrischow im Süden, Benesovnat Pluchnizzi und Hermanoff im Südwesten, Ovesna im Westen sowie Doberna im Nordwesten, Geschichte. Das zur Herrschaft Schafenstein gehörige Dorf wurde in der Mitte des 13. Jahrhunderts durch deutsche Kolonisten gegründet. Erstmals schriftlich erwähnt wurde Villa Euerhardesdorf im Jahr 1281 in einer Urkunde des Jesig von Michelsberg. Das nach seinem Lokator benannte Dorf wurde von 21 Bauern angelegt. Hundert Jahre später bestanden in Iberstorf noch zwölf Wirtschaften. Besitzer des Dorfes waren zu dieser Zeit die Herren von Wartenberg. 1511 erwarb Nikolaus TRCKA von Lipa die Herrschaft und verkaufte sie 1515 an die Brüder von Seilhausen. Bei der Teilung des Besitzes fiel Eberhardsdorf 1522 Friedrich von Seilhausen zu, der sich in Bensen ein neues Schloss errichten ließ. Weil seine Mittel für den Schlossbau nicht ausreichten, verpfändete Friedrich zunächst Teile der Herrschaft. 1528 überließ er Hans von Knobloch auf Warnsdorf vier Bauern in Niederebersdorf. Das ganze Dorf Kleinbocken sowie Teile von Markersdorf gegen 1010 Schock. 1539 verkaufte Knobloch Kleinbocken und die vier Niederebersdorfer Bauern an Bolter Saar von Penzig auf Sandau und Straußnitz. Aus den vier Bauernwirtschaften entstand später das Vorwerk Niederebersdorf. Nach der Schlacht am Weißen Berg gehörte Niederebersdorf zu den Besitzungen des kaiserlichen Reformationskommissars Otto Heinrich von Wartenberg. Der 1623 wieder zum Katholizismus übergetretene Wartenberg löste mit seinen Rekatholisierungsmaßnahmen 1625 einen Aufstand seiner Untertanen aus. Den Vorwerkshof kaufte 1629 Georg Friedrich von Kranach. Johann Heinrich von Kranach verkaufte 1637 seinen Anteil an Niederebersdorf an Haubold Paust von Liebstadt. Weitere Anteile an dem aus 38 Wirtschaften bestehenden Dorf besaßen die Familie Roder von Feldburg und Johann Rudolf Larisch von Elgoth. 1736 erwarb Karlgraf Klery Niederebersdorf von Barbara von Kranach für 10.000 Gulden. Nach der Parzellierung des Kranachhofes entstand 1785 die Ansiedlung Kronachsdorf, die der Herrschaft Binsdorf untertänig war. Gefahrt war das Dorf immer zur Stadtkirche Maria Geburt in Benzen. Nach der Aufhebung der Patrimonialherrschaften bildete Niederebersdorf ab 1850 mit der Ansiedlung Kronachsdorf eine politische Gemeinde in der Bezirkshauptmannschaft Tetzschin. 1858 erfolgte die Absteckung der Trasse für eine Eisenbahnstrecke der Böhmischen Nordbahn zwischen Tetzschin und Warnsdorf. Gebaut wurde die Bahn jedoch erst zwischen 1867 und 1869. Im Jahr 1863 wurde eine Dorfschule eingerichtet. 1876 gründete sich eine freiwillige Feuerwehr. Im selben Jahr forderten die Einwohner von Kronachsdorf den Anschluss an Niederebersdorf. Niederebersdorf bestand im Jahr 1890 aus 152 Häusern und hatte 862 Einwohner. 1912 verschmolz Kronachsdorf schließlich mit Niederebersdorf. 1928 erhielt Niederebersdorf eine Bahnstation. 1930 lebten in Niederebersdorf elf 186 Menschen. Fünf Jahre später wurde ein Teil des Absbaches reguliert. 1936 wurden sechs zum Kataster von Franzental gehörende Häuser am linken Ufer des Absbaches der Gemeinde Niederebersdorf zugeordnet. Deren Fläche sich dadurch auf 557,1 Hektar erweiterte. Nach dem Münchner Abkommen wurde die Gemeinde 1938 dem Deutschen Reich zugeschlagen und gehörte bis 1945 zum Landkreis Tetzschin. Ab 1943 Tetzschin-Bodenbach lebten in Niederebersdorf elf 164 Menschen. 1945 kam Niederebersdorf zur Tschechoslowakei zurück, die deutschen Bewohner wurden 1946 vertrieben. 1946 erhielt das Dorfe den Namen Dolnihabates. Zu dieser Zeit hatte der Ort 657 Einwohner, darunter waren 13 deutsch-tschechische Familien. Zwischen 1980 und 1990 war Dolnihabates nach Bene Sofnert-Pluch-Nizzi ein Gemeindet. Gemeindegliederung Für die Gemeinde Dolnihabates sind keine Ortsteile ausgewiesen. Sehenswürdigkeiten Gezimmerte Blockhäuser Ruine der Burg Saffinstein Südlich des Dorfes auf einem Sporn über der Plautschnis Die 所以 categorische Entwicklung Die Köder